Die Tante hat versprochen Geld zu schicken. Aber wann und wie viel, das weiß niemand. Wie viel wird es sein? 100.000, 200.000? Naja, wohl eher 10.000 bis 15.000. Nimm mich einen verlobten Dreckskart, wenn ich zulasse, dass es zur Versteigerung kommt. Ich schwöre bei meiner Seele. Jeden Tag sage ich Ihnen ein und dasselbe. Sie müssen den Kirschstaaten und das gesamte übrige Land aufteilen und verpacken. Und zwar jetzt, ehe es zu spät ist. Die Versteigerung steht vor der Tür. Bleibt denn der Wohlstand für alle? Die Hunde haben die ganze Nacht gejault. Sie spüren, dass was passiert. Was ist denn hier los? Mach doch mal Musik an! Musik! Die Sonne ist aufgegangen und es wird warm. Mein Gott, Mama, sieh dir diese Bäume an. Und diese Luft.